All I saw you All I saw you All I saw you All I saw you Es gibt immer die besten neuen Hits Bei unseren Top 30 kommen wir jetzt zu Joel Corey und Tom Brennan Der bringt ja am 9. Juli sein brandneues Album What Ifs and Maybes raus und hat vor ein paar Tagen angekündigt, dass er mit den Songs eine UK Tour machen wird Fans freuen sich Vielleicht kommt er irgendwann auch mal zu uns nach Deutschland oder Österreich Bis dahin hören wir ihn bei uns jetzt mit seiner aktuellen Nummer zusammen mit Joel Corey Lionheart In dieser Woche drei Plätzchen nach oben gekraxelt auf die 22 Ich weiß nicht, dass er mit den Songs und auch bei uns Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielleicht gehe ich auch tanzen auf eine Osterwiese in Bremen Da wird noch mehr Musik und Menschen und alle tanzen und singen mit Singen Ich bin schon gespannt auf meinen heutigen Abend Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017